Hallo, ich habe euch mal wieder mitgefilmt, was ich so an einem Tag gegessen habe und es ist alles wie immer oder ja meistens selbst gekocht und selbst zubereitet und ja das letzte ist ja so super bei euch angekommen. Ich habe mich riesig gefreut und auch nochmal an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön von Herzen für eure ganzen lieben Kommentare. Das freut mich wirklich immer riesig. Ja, jetzt zeige ich euch mal, was ich so morgens, mittags, abends gegessen habe und ich habe diesmal auch noch ein paar Tipps und Tricks für die vegane Ernährung mit reingebracht. Guten Morgen, ich habe heute mal meinen Tag mit Zitronenwasser angefangen. Ich hatte irgendwie mega Durst, aber auch nicht Lust auf irgendwie so ein langweiliges Wasser einfach nur. Deswegen habe ich mir da so eine Bio-Zitrone reingepackt und das so ein bisschen ausgepresst vor und da habe ich jetzt mittlerweile schon fünf Gläser oder so von getrunken. Und was ich euch nochmal zeigen wollte, weil es ja hier um tägliche Ernährung geht und zwar sind das hier solche B12-Tabletten, die nehme ich alle paar Tage, die sind relativ hoch dosiert. Ja, ein B12 ist halt super wichtig, weil es der Körper nicht selbst produzieren kann und das heißt ja, dass es immer in tierischen Produkten drin ist, aber das stimmt nicht mal, weil die Tiere bekommen das auch nur supplementiert. Und wenn, dann würden sie es aufnehmen, wenn sie auf einer Weide stehen und dann von der Erde sozusagen was mit abgrasen, aber das ist ja heutzutage meistens nicht mehr der Fall. Deswegen haben auch viele Menschen einen B12-Mangel und genau, nicht nur Veganer, wenn überhaupt und deswegen supplementiere ich das und würde das auch empfehlen. Und genau, wenn man nämlich einen B12-Mangel hat, das kommt erst nach ein paar Jahren, glaube ich, weil der Körper dann noch auf die Reserven zurückgreifen kann erstmal, aber das zeigt sich dann durch Müdigkeit und Lässe und Schlafmangel und sowas. Und deswegen nehme ich auf jeden Fall alle paar Tage so eine Tablette, man kann sich das aber auch spritzen lassen. Und wenn wir gerade schon bei Nahrungsergänzungsmitteln sind, wenn ich mal nicht so viel frisches Grün da habe, also was wie Grünkohl und Spinat und sowas und dann trotzdem sicher gehen möchte, dass ich irgendwie was in meinen Körper davon reinpacke, habe ich hier solche Spirulina-Tabletten von meiner Mama geschenkt bekommen und da ist halt ganz viel Eisen und Vitamin A und K drin und dann nehme ich das immer so als kleines Supplement, aber jetzt auch nicht regelmäßig, sondern, ja, wie gesagt, nur wenn ich mal merke, dass ich jetzt am Tag nicht so viel Grün hatte. Und für grüne Smoothies und sowas ist auch so ein Pulver immer ganz gut, finde ich, dass man dann auch so ein kleines Backup hat. Und kommen wir dann zu meinem Frühstück-Part 1 sozusagen. Ich werde mir mal einen frischen Saft pressen, denn ich habe heute frei und deswegen Zeit dafür. Da habe ich eben schon mal alles für abgewaschen und jetzt habe ich hier Karotten, dann rote Beete und Äpfel und ja, alles vom Markt und dann hier noch Ingwer und Zitrone. Das kaufe ich immer extra alles Bio, damit ich es auch mit Schale verwenden kann und dann habe ich hier irgendwie noch so eine Box oder eine Hälfte der Box von Mandarinen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn die so ein bisschen, ja, trocken sind, also das Fruchtfleisch, aber man könnte sie eigentlich noch essen und deswegen, ich mag das nicht so gerne, wenn das so ist, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich die einfach schäle und dann mit in Safte. Boah, da merkt man schon, wie viel Luft unter der Schale ist. Die sind echt nicht mehr saftig, aber gut. Wegschmeißen will ich die auch nicht. Was ich auch mal gehört habe, dieses Weiße an den Mandarinen oder auch Orangen, da ist mehr Vitamin C drin als in dem Fruchtfleisch an sich. Funfact! So, alle anderen gingen jetzt eigentlich von der Konsistenz her. Eine musste ich wegnehmen, weil die echt nicht mehr gut war, aber die lag auch zum Glück ganz am Rand und hat keine andere mehr so richtig mit berührt und das kommt jetzt alles in den Mixer rein. Hier ist noch mein anderer großer Teller mit dem Obst und Gemüse und ich glaube, sollte ich ein schön sehr großes Glas draus bekommen. Krass, dass da noch so viel Saft rausgekommen ist. Also es waren jetzt die ganzen Mandarinen und ich habe jetzt eine ganze Kelle voll damit. Muss ich jetzt schon mal so probieren, wie das schmeckt, so purer Mandarinen-Saft. Hm, also es schmeckt so, wie Mandarinen schmecken, nur halt als Saft, aber irgendwie noch so ein bisschen zarter als Orangensaft. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber halt nicht so ganz krass süß, sondern echt so ein schöner, milder Orangensaft. Und so sieht jetzt der fertige Saft aus. Hier an der Seite ist noch ein bisschen übrig von dem Apfel und so gewesen, deswegen schläge ich da gleich einfach nach. Und dazu schläge ich mir gleich noch eine Pomelo, die mag ich richtig gern. Die haben so eine richtig dicke Schale und dann schmeckt das da drin, das da drin, so ein bisschen wie eine Mischung aus, ja, Orangensaft, nur nicht so süß, aber auch nicht wie Grapefruit, weil die auch nicht so bitter ist. Aber ja, auf jeden Fall eine riesige Frucht und ich finde es auch spaßig zu schälen. So, ich habe die mal eben aufgeschnitten. Das hier an der Seite ist die Schale. Also die ist schon so, ja, Fingerbreit dick und dann hier drin ist halt das Fruchtfleisch und das putt man sich dann so raus. So, ich werde mir jetzt Haferflocken machen und ich habe das hier schon unterteilt in Toppings und, ja, Porridge. Und zwar habe ich gerade irgendwie mehr Bock auf so richtig cremiges Porridge und deswegen habe ich mir hier jetzt diese feinen Haferflocken genommen und dann tue ich da so einen Kokosdrink mit rein und habe hier noch so einen kleinen Rest an Chiasamen und Kürbiskernen, die ich mit reinmixe. Und zum Kochen nehme ich einfach immer eine Tasse Wasser und dann eine Tasse Pflanzenmilch, also welche ich gerade da habe oder welche gerade offen ist oder auf welche ich gerade am meisten Lust habe. Und dann lasse ich das erstmal kurz warm werden. Und ich koche die Haferflocken immer im Verhältnis 1 zu 2, also 2 Tassen Flüssigkeit und eine Tasse oder einen Teil Haferflocken. Und dann drehe ich die Herdplatte ein bisschen runter, dass es jetzt schön auf relativ niedriger Stufe köchelt und dann schön cremig wird. So, nach 5 Minuten ungefähr sieht das Ganze jetzt schon ganz anders aus, nämlich sehr cremig. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die Beeren damit reintue und die dann sozusagen damit schon ein bisschen auftun, weil es Tiefkühlbeeren sind. Also mittendrin nicht nur dabei. Und dadurch bekommt das Porridge natürlich auch eine wunderschöne pinke Farbe. So, kommen wir zu meinem Lieblingspart, die Toppings, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Und so habe ich hier ganz viele verschiedene leckere Sachen. Ich fange jetzt mal an mit dem Joghurt. Das ist ungeslter Sojajoghurt. Den nehme ich halt immer ganz gerne, weil man den dann auch für herzhafte Soßen zum Beispiel verwenden kann. Und dann Studentenfutter. Das sind einfach verschiedene Nüsse, also Mandeln, Cashews, Walnüsse und Haselnüsse. Die mag ich eigentlich gar nicht so gerne, aber manchmal ist es okay. Dann extra habe ich hier noch drei Paranüsse. Die esse ich jeden Tag, also so zwei bis drei Stück, weil die halt vier Selen enthalten. Und das ist sehr wichtig für den täglichen Selenbedarf. Und die bekommt man so halt mega einfach dadurch, dass man die isst. Dann habe ich hier noch das beste Erdnussbutter. Und ein paar Kokosflocken. Dann für die Süße. Die Beeren sind ja irgendwie wieder ein bisschen sauer. Also ich habe immer das Gefühl, ich kriege die Packungen, wo die meisten Johannisbeeren so drin sind. Deswegen ein bisschen Ahorn-Sirup. Und zum Schluss ein paar Quinoa-Pops. So, und weiter geht's mit dem Abendessen. Ich habe hier sehr viel Grünes zusammengesucht. Und so habe ich gestern im Biomarkt diese veganen Tortellinis gefunden. Und die muss ich irgendwie mitnehmen. Leider ist das sehr viel Plastikverpackung. Aber das war irgendwie so zwischen Milch und Fleischprodukten. Da dachte ich so, wenn da schon was Vegans ist, dann muss ich das jetzt auch irgendwie mitnehmen. Und das hat sich so lecker angehört mit Spinat und Tofu und Quinoa als Fülle. Und da gab es auch noch so richtig crazy irgendwie mit irgendwelchen Gewürzen, wo ich nicht mal wusste, was das ist. Und Zitronengras und Linsenfüllung. Das war eigentlich ganz cool. Und dann gibt es dazu noch eine kleine Lauchstange, die koche ich jetzt dazu. Dann habe ich hier noch Bucola, der kommt aber frisch mit drauf. Und dann noch ein paar Tiefkühl-Erbsen und Brokkoli. Da mache ich immer gerne sehr viel von. Dass man auch satt von wird und schön viele Nährstoffe bekommt. Und dann hier aber noch Fertigzeug. Und zwar einmal so ein veganes Pesto. Und dann Hefeflocken. Die sind auch immer mega lecker zu Nudeln allgemein, weil die so ein bisschen nach Parmesan schmecken. Und dann noch eine halbe Tomate, die ich im Kühlschrank gefunden habe. Ich habe hier jetzt schon mal Wasser aufgesetzt. Und da kommen jetzt schon mal das Gemüse rein. So, den Lauch habe ich jetzt abgewaschen. Und den schneide ich jetzt in solche Ringe. Und dann kommt der auch gleich mit zu dem Gemüse dazu. Die Tortellini brauchen nur so drei bis vier Minuten. Deswegen kommen die dann sozusagen zum Schluss in kochendes Wasser. Und müssen dann einfach kurz durchziehen. Also ich habe aber gelernt, dass die hochkommen oder oben schwimmen, wenn sie fertig sind. Ich habe sie jetzt gerade reingetan und sie sind schon oben. Aber gut, ich lasse jetzt einfach vier Minuten drin. Jetzt nicht im Ernst, das Pesto ist leider nicht vegan. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben das aus Österreich von Markus Eltern oder so noch mitbekommen, als wir die Sachen noch aufgeteilt haben. Und da ist drin Cashews und dann Käse. Und ich glaube, wir haben das überlesen und dachten irgendwie Cashew-Käse. Sowas gibt es ja auch heutzutage. Und ja, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Und deswegen muss die Ratsche jetzt her. Geht immer. Ist zwar ein bisschen was anderes, als ich mir vorgestellt habe, aber warum nicht? Und als kleiner Snack habe ich hier jetzt noch ein paar Datteln. Ich habe irgendwie noch Appetit und das ist ungefähr so die beste Kombi überhaupt. Dafür habe ich hier so einen Erdnussmus, das ist wirklich aus 100% Erdnüssen. Und da tue ich mir jetzt einen guten Teelöffel noch mit dazu. Alternativ auch Tahin oder eigentlich jedes andere Nussmus. Auf jeden Fall hammerlecker und irgendwie noch bockhaft auf was Süßes, aber irgendwie auch ein bisschen salzig. Und ja, yummy. Ja, und das war alles, was ich an dem Tag gegessen habe. Es kommt bei mir eigentlich immer ganz auf den Tag an, wie viel Bewegung ich da hatte. Und ich versuche immer wirklich auf meinen Körper zu hören, so vom Hungergefühl und Appetitgefühl her. Ich habe das früher auch immer so gemacht, dass ich dann das abhängig gemacht habe, was ich in der nächsten Mahlzeit essen möchte, was ich dann esse. Und das ist irgendwie sowas von unnötig. Also diese Gedankenkraft und diese Energie da rein zu stecken. Also ich finde es irgendwie viel schöner, wenn man wirklich auf sein Körpergefühl hört und dann wirklich das zu essen, worauf man Lust hat und wovon man sich am besten fühlt. Und dann natürlich auch darauf zu achten, dass es gesund ist und viele Vitamine und Nährstoffe hat. Ja, dann nochmal zum Käse im Pesto. Also ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, dass ihr irgendwie ein Produkt habt, wo ihr dacht, es wäre vegan. Und dann habt ihr es gegessen und habt ihr danach herausgefunden, dass es doch nicht vegan ist. Also ich habe es dann ja nicht gegessen. Wir haben es dann auch Arbeitskollegen geschenkt, dass es dann nicht schlecht wird. Aber mir ist sowas schon mal passiert. Und ich habe mich da sowas von geärgert und sowas von reingesteigert. Aber es war halt nicht mit Absicht oder so. Und ich finde auch, wenn man das dann wirklich nicht weiß und das dann sozusagen aus Versehen macht, dann ist es nur mal in dem Moment so. Da kann man es eh nicht mehr ändern, wenn man weiß, dass sozusagen in seinem Inneren, man hat dann auch die Überzeugung und ja, weiß, warum man vegan ist. Und dass man das sonst nicht konsumieren würde und auch nicht möchte. Und deswegen finde ich es dann auch nicht schlimm, wenn das mal passieren sollte. Das sind dann Ausnahmen und kein Dauerzustand. Von daher, ja, sollte man da auch nicht zu viel Sorge reinstecken, wenn sowas mal passieren sollte. Aber ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie das bei euch so sein würde oder ob euch sowas schon mal passiert ist oder sowas ähnliches in der Art. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich zur... Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye! Bis zum nächsten Mal.